Geld oder Kunst Meine Herren, unsere Politik ist reif für Risiko und Investitionen. Mit ihrem Kleinmod kann man keinen Start machen. Lassens doch den König bauen, denken's auch an ihren Gewinn. Ohne etwas Selbstvertrauen macht die Wirtschaft keinen Sinn. Schlösser kann man gut vermieten, weil sie höchst Renditen bieten. Und das Staatsvermögen pflegen, das Geld auf Schweizer Konto legen. Schlösser kann man gut vermuten, aber von den Preisen kriegt man uns. Geld, Geld regiert die Welt, Geld regiert die Welt. Geld, Geld regiert die Welt und wir regieren das Geld. Dieses Bauwerk wird kopiert und nach Japan exportiert. Denn in den Tourismusbranchen sichert es die Absatzchancen. Gäste aus der ganzen Welt werden durch die Schlösser schlendern und durch dieses Eintrittsfeld.